So, hallo an alle zu einer neuen Folge von Monster vs. Monster. Ja, es ist wieder Sonntag, eine neue Folge kommt heute wieder raus und ich habe mal wieder ein bisschen was rumexperimentiert und geguckt, was so klappt, was sich angreift und was nicht. Und da ihr mal ein bisschen mehr mit dem mutierten Skelett haben wolltet, was eigentlich eine Kampfmaschine an sich ist, richtig krank eigentlich drauf, habe ich das jetzt auch gleich mal versucht irgendwie hinzukriegen und was dann mal ganz gut so passt sind die Snow Golems, weil die greifen auch gerne dann immer die entsprechenden Mobs dann an, weil es eben positive Mobs sind, die die negativen angreifen, Anführungszeichen. Ihr wisst, was ich meine, es ist nämlich immer schwer, auch tatsächlich zwei Gegner zu finden, die man auch dazu bringen kann, dass sie sich battlen. Und deshalb, ja, würde ich sagen, geht es auch gleich schon los. Einmal ein mutiertes Skelett gegen einen mutierten Snow Golem. Mal gucken, ob das ausreicht, ich denke nicht, auch wenn der Snow Golem den ersten Schlag macht, kriegt sofort einen in die Fresse und einen Feinagel von oben. Ich bin mal gespannt, ich schätze mal, allein wegen dem Lebenvorteil wird das Skelett einen deutlichen, ja, deutlich, deutlich, glaube ich, vorne liegen. Da schön ausgewichen, schön ausgewichen, Golem hat gerade einen Eiskluss geschmissen, Skelett springt einfach eiskalt hoch und leicht aus. Und jetzt geht es aber doch in den Nahkampf über, weil es am liebsten Kürbis zermanscht mit seinem Bogen. Es sieht noch, ja, es sieht auf jeden Fall deutlich aus, aber wir werden noch gleich ein Fazit draus ziehen. Der Snow Golem hat 80 Leben, Skelett hat 150, können wir gleich ein bisschen rechnen. Skelett hat 70 und Snow Golem ist tot. Um es jetzt genau zu sagen, sind die vom Damage Output eigentlich gleich. Das heißt, 79 Leben hier wurden, ne Quatsch, doch ja, 79 Leben wurden im Skelett abgezogen. Und das ist fast genauso viel wie von dem Snow Golem. Das heißt, ja, eigentlich sind die praktisch gleich stark, nur das Skelett hat halt eben den Lebensvorteil. So, wir probieren das jetzt gleich nochmal, wo es garantiert ein bisschen anders aussieht, indem ich eben einfach mal zwei Snow Golems gegen das Skelett antreten lasse. Dann müsste der Schaden in der Zeit, wo das Skelett eintötet, höher sein, logischerweise. Und die müssen das eigentlich kriegen. Teste ich gerade mal so. Skelett und zwei Snow Golems. Und dann gucken wir mal. Natürlich, vielleicht ist es so, dass das Skelett mit dem Pfeilhagel beide auf einmal trifft. Ne, tut's nicht. Muss öfters mal den Sprung einsetzen, um auszuweichen. Das passt dann. Aber ich denke mal, die Sache sollte diesmal etwas klarer sein. Also, es ist eine Kampfmaschine. Aber ein bisschen schwach auch selbst gegen Fernangriffe. Weil die Snow Golems können so ungehindert die ganze Zeit die Blöcke schmeißen. Wenn du so ein Zombie hattest oder ähnliches, der konnte die ganze Zeit eventuell den Snow Golem hochwerfen in die Luft oder... Ja, dann die Attacken einfach ein bisschen verhindern. Okay, es sollte... Die Frage ist nur, ob das Skelett zumindest... Ah ja, es kriegt einen, es kriegt einen. Und dieses Mal hat es natürlich auch mehr Schaden bekommen. Ähm, das sieht wieder ein bisschen eng aus. Aber dieses Mal, ich glaube, es ist klar. Ich glaube, es ist klar. Snow Golems for the win. Die positiven Mob siegen. Auch wenn das Skelett eine harte Kampfmaschine ist. Ein Hit noch. Und jawohl. Ja. War jetzt in dem Moment aber ein klein wenig abzusehen. Was noch interessant wäre, ist jetzt die letzte Runde, die ich mir vorgestellt hatte. Und zwar... Was ist, wenn ich das mutierte Skelett wieder gegen zwei Snow Golems kämpfen lasse, dann dieses aber mit einem Potion of Strength abwerfe? Und holen wir uns einfach mal einen Strength Potion. Und zwar den, ähm... Großen. Und zwar 260 Strength plus zwei, dass es 260% Schaden macht. Wer will dieses Mal gewinnen? Das ist die Frage. Ich hole mal kurz das Skelett raus. Werfe den hier mit einem Strength Potion ab. Ich muss ja nochmal ein bisschen nachwerfen dann. Und dann kommen die auch schon die Schnee Golems dazu. Schauen wir mal, was das jetzt wird. Die Zahlen müssen deutlich höher sein. Das wäre gerade irgendwie gar nicht angezeigt. Ich glaube, das ist wegen den Shadern manchmal, dass es ein bisschen rumbackt, weil ich habe auch gerade keine Hand angezeigt. Ich glaube, das müsste gleich wieder weggehen. Und dann müsste auch angezeigt werden, wie die Dings hier apropos. Können wir mal gucken bei den Shaders mal einstellen. Dann machen wir kurz ein bisschen Shader rein, damit es interessant aussieht. Genau. So, jetzt sieht man auch wieder die Zahlen. Wo? Habe ich jetzt einen Blur drin? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Äh, gut. Ja, jetzt sieht man auch hier 9 mit einem Schuss. 9 mit einem Schuss allgemein. Ja, das ist deutlich, deutlich, deutlich. So, 70 hat es noch. Gleiche Leben? Nee, nicht gleiche Leben. Weniger. Das Ergolem hat weniger, sogar noch mehr als Ergolem. Ich habe gedacht, der hat noch gar nichts abgekriegt. Der hat noch volle Leben. Aber mit einem Strength Potion, äh, Strength. Stärke Potion macht das Eis kalt. Ja, ja, eindeutig. Da seht ihr mal, was die Potions bringen. In viel höheren auch im PvP. Nutzt ihr einfach, wenn ihr könnt. Und, und, oh, das wird knapp. Das wird noch knapp. Das wird noch knapp. Das wird noch, alter, ist das knapp geworden. Das waren hier 2 Schüsse auf den Golem. Ich hätte nicht gedacht, dass er noch so viel ausholt im letzten Moment. Da muss ich sagen, echt hier, gut, gut gekämpft. Gut, ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Ich dachte, das Skelett wird trotzdem noch siegen. Richtig knappe Sache. Bin mal gespannt, wie ihr so abgestimmt habt. Welcher da so, äh, ein bisschen weiter, oder stärker hätte sein können. Ich frage ja immer, ich habe es, glaube ich, manchmal vergessen zu fragen. Aber für die nächsten Male merken, immer gerne vorher raten. Mal gucken, was am Ende rauskommt. Ja, ihr seht, Snow Golems sind nicht zu unterschätzen. Es sind trotzdem hier so, äh, richtig dicker Bizeps und muskulös gebaut. Die haben es drauf, aber sowas von, ist ja noch gruselig im Dunkeln vor allen Dingen, von, von den Shader, den ich jetzt hier anhabe. Aber naja, das wäre es dann gewesen von dieser Runde. Mal gucken, was in der nächsten Runde drankommt. Ich probiere nochmal ein bisschen weiter die Mods durchzumixen und gucke so ein bisschen, was sie angreifen, was nicht. Wenn ihr noch weitere Let's Plays sehen wollt, außer Minecraft-Videos, auch zu anderen Spielen von mir zum Beispiel, wenn ihr euch gesehen habt. Ich habe einen Gaming-Kanal, linken dazu in der Videobeschreibung. Gerne mal vorbeischauen, da läuft das eine oder andere. League of Legends, Skyrim und, 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 äh, und eigentlich sogar noch mehr. Ist auch noch mehr geplant. Gerne mal vorbeischauen. Oder ansonsten wäre es gewesen, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal und tschüss.